Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer Grundwissen, ihr habt eine gewisse Grundstruktur, ihr kennt die Yoga-Vidya-Grundreihe, hoffe ich. Ihr wisst, dass diese Reihe optimiert dafür ist, dass Menschen sich entspannen können, dass der Körper Muskelkraft sammelt, dass er gedehnt wird, dass Koordination entwickelt wird. Der erste wichtige Grundsatz bei den Yoga-Vidya ist, dass Konditionen in allen Richtungen entwickelt werden, also wirklich der Körper ein gutes Training bekommen. Dabei ist Yoga-Vidya weder ein reiner Schon-Yoga noch ein Yoga, wo man nachher schweißgebadet wieder rauskommt, sondern wo viel getan wird für die, seid ihr auch manchmal schweißgebadet? Aber ihr habt die Tiefenentspannung vorher gehabt. Aber es ist ein Yoga, wo ihr einiges auch macht, was anstrengend ist, was auch für Kreislauf gut ist. Ihr macht einiges, was die Muskeln stärkt, einiges, was dehnt, einiges, was das Gleichgewicht übt. Ein zweiter Aspekt von den Yoga-Vidya-Reihe ist, parallel wird auch das Prana aktiviert, die Lebensenergie. Wenn man aus einer Yoga-Vidya-Stunde herauskommt, wird es so sein, wie vermutlich bei fast allen Yoga-Stunden, aber bei uns wird besonderer Wert draufgelegt. Menschen sollen sich nachher anders fühlen als vorher. Es ist wichtig, dass irgendwo so ein Pulsieren ist. Es gibt auch andere Dinge, die man Gutes für den Körper machen kann. Irgendein Fitnesstraining im Fitnessstudio, wo man auch erst an die Cardio-Maschinen geht und danach ein bisschen Maschinentraining für die Muskeln, dann vielleicht noch ein bisschen Stretching und danach geht man in die Sauna, hat man auch alles. Aber das Gefühl ist nicht das Gleiche, wie wenn man nach einer Yoga-Stunde rauskommt. Da passiert etwas mit dem Prana, da passiert etwas mit der Lebensenergie. Da ist dieses sanfte, schöne Gefühl, was da ist. Und was dabei auch passiert, ist natürlich die Entspannung dabei. Und die Entspannung hilft auch, dass ich auf der emotionalen Ebene einiges lösen kann. Es führt zu diesem Gefühl, das viele kennen, nach einer Yoga-Stunde hat man das Gefühl, man wird die Welt umarmen. Das geschieht vielleicht noch mehr, wenn man von der Arbeit kommt und abends zur Yoga-Stunde geht. Ich glaube, die einen oder anderen kennen das, man ist irgendwie frustriert vom Tag, kann mal vorkommen. Man kommt in die Yoga-Stunde, wie fühlt man sich nachher? Immer noch frustriert? Sollte nicht passieren. Also normalerweise, wenn man dann aus der Yoga-Stunde rauskommt, ist dort eine Freude irgendwo da. Und irgendwo sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also energetisch, etwas wirkt auf die Freude, die Lebensfreude, etwas transformiert sich dort und es wirkt auch noch weiter im Alltag. Wenn man Yoga übt, dann spürt man auch sich selbst mehr. Und wichtig ist auch, wenn man sich selbst mehr spürt, dann lernt man auch, sich selbst mehr zu lieben. Menschen heute sind ja voller Anspruchs- und Leistungsdenken. Man denkt, das muss ich noch tun und das muss ich noch tun und das auch noch. Und außerdem denkt man, ich müsste dort besser sein und dort besser sein und dort besser sein. Und jeder Mensch hat hundert Dinge an sich selbst, einen anderen herumzumäkeln. Und es kommt ja auch alles an einen zu. Und es ist ja auch nicht falsch, dass Ansprüche an einen gestellt werden. Auch im Yoga geht es ja darum, sich weiter zu entwickeln. Und es geht auch darum, jetzt nicht einfach ein Stein zu sein und sagen, ich bleibe jetzt so. Wir sind auch nicht wie Ameisen, die seit Jahrmillionen irgendwo auf gleiche Weise ihre Ameisenhaufen bauen. Mensch ist in Entwicklung begriffen und schafft auf solche Weise natürlich alle möglichen Probleme für das ganze Ökosystem. Aber das ist eine andere Sache. Aber es ist gut, dass da eine Darmik dahinter ist. Es ist gut, dass man Ansprüche hat. Und es ist gut, die auch mal zu vergessen und einfach in einer Yogastunde sich so zu spüren, wie man ist. Man kann sich auch dehnen, man kann sich bemühen voranzukommen. Aber Yoga im Yoga-Vidya-Stil ist kein Wettbewerb und sollte niemand das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug für diese Stunde. Das ist wichtig. Man übt so, wie man kann, lässt los, spürt sich, fühlt sich und merkt, ja, irgendwo bin ich so okay, wie ich bin. Und in mir, ganz tief im Inneren, da ist die Freude, da ist die Kraft, da ist eine Energie. Und dann, damit kann man dann rausgehen und diese Kraft und diesen Frieden weiter ausstrahlen. Was das Besondere am Yoga-Vidya-Stil auch ist, ist wiederum meditative Elemente. Wenn man in die Yogastellung geht, sollten immer ein paar Minuten sein, wo der Yogalehrer nichts sagt. Das wird manchmal vergessen, denn manchmal sind Yogalehrer überenthusiastisch und haben so viel zu geben, so viel Erkenntnis. Jetzt hat man zehn Jahre geübt und jetzt hat man eine Yogastunde, um die ganzen Erkenntnisse von zehn Jahren Yogapraxis in eine Yogastunde hineinzubringen. Es ist ja auch großartig, wie enthusiastisch die Yogalehrer sind. Mein Tipp wäre, ihr habt noch ein paar mehr Stunden danach und lasst immer in einer Asana dann eben auch Zeit, dass Menschen in die Ruhe kommen können. Und wenn man das vorher so vorbereitet hat, mit der Bewusstheit, mit der Konzentration, mit der Atmung, mit Entspannung und dabei die Asanas sind ja auch in einer Reihenfolge aufgebaut, dass tatsächlich Prana auch fast automatisch aktiviert wird, dann geht man in die Stille und dann kann es geschehen, dass Menschen tiefe Erfahrungen machen, und in die Tiefe der Seele gehen oder dass sie das Gefühl haben, sie werden weit, sie verbinden sich und sie fühlen irgendwo etwas, was man als Gattliches bezeichnen kann, was man wie eine höhere Wirklichkeit bezeichnen kann. Es wird zur Erfahrung. Und das ist auch das Schöne heute in der modernen Welt, dass es eben dieses Hatha-Yoga auch gibt. Denn viele spirituellen Richtungen waren früher mehr und Glaubensformen haben auch ihre Wirkung und funktionieren in diesem System und können Menschen zu Gotteserfahrungen bringen. Aber viele Menschen sind dafür nicht mehr offen und außerdem Menschen bewegen sich nicht ausreichend. Im Hatha-Yoga bewegt man sich, man tut etwas. Wir haben das Nihil-Obstat der Wissenschaft. Früher mussten die Kirchen sagen Nihil-Obstat, das heißt nichts steht dem entgegen. Das war dann die Zensur. Heute, wenn es von größerer Breite über einen längeren Zeitraum gemacht werden muss, da muss die Wissenschaft des Nihil-Obstat geben, es hat sich nicht so viel geändert. Und glücklicherweise gibt es inzwischen mehrere tausend Studien, die zeigen, dass Yoga gut ist. Gut ist für den physischen Körper, gut für die Psyche, heilend für alles Mögliche. Das werde ich jetzt nicht alles aufzählen, denn schon die Aufzählung aller Namen der Krankheiten gegen die Yoga, was Gutes bewirkt, wirkt vielleicht eher deprimierend als erhebend, wozu Yoga gut ist. Also Yoga wirkt, aber Yoga wirkt mehr als nur heilend, wirkt mehr als nur körperstabilisieren und stärken, mehr als nur für mehr Gelassenheit und mehr Selbstbewusstsein und mehr Positivität. Yoga öffnet einen für die Tiefe des Wesens und öffnet einen für eine höhere göttliche Wirklichkeit. Gut, bei all dem, was wir im Yoga-Vidya-Stil machen, gilt es, all diese Dinge im Auge zu behalten, im Herzen zu behalten, im Bewusstsein zu behalten und weiterzugeben. Und ob man dann sanfteste Yoga-Stunden gibt, Menschen mit Bandscheibenvorfällen im Nacken und im unteren Rücken und ruinierten Knien und so weiter, da wird es dann vielleicht, die Anfangsentspannung wird es geben, eventuell wird es vielleicht die Yoga-Atemübungen auf dem Stuhl geben, dann wird man sich andere Aufwärmübungen einfallen lassen oder extrem vereinfachte Formen von Sonnengebetsableitungen. Dann wird sich neue, man muss sich überlegen, was geht mit Umkehrstellungen, wie kann man die Vorwärtsbeuge, die Rückwärtsbeuge, Drehungen und so weiter. Und da haben wir ja bei Yoga-Vidya ein reiches Methodenarsenal. Und wenn man irgendwelche Sportfreaks hat, die sich bewegen wollen und nicht einfach nur rumliegen und sich nachher irgendwo in sich hineinspüren und fühlen, dann macht man halt erst mal 108 Sonnengebete. Dann merken die Menschen, da tut sich etwas. Und auch das verbindet man mit dem Atem, auch das verbindet man mit Bewusstheit, auch das verbindet man mit den Prinzipien. Und danach kommt man nochmal in ein paar meditative Asanas und hält die Stellung in Atem, mit Bewusst spürt hinein und fühlt so das tiefe Innere. Und eventuell bei den ganz Sportlichen macht man das Pranayama noch ganz zum Schluss, dann nochmal Meditation, dann plötzlich ist auch wieder dieses Göttliche erfahrbar. Das ist eben das Schöne im Hatha-Yoga. Man kann Menschen dort abholen, wo sie sind. Das ist ein guter Ausdruck. Aber eben auch kann Menschen das geben, was sie zuerst haben wollen. Menschen haben unterschiedliche Motivationen zum Yoga zu kommen. Es kann ihnen helfen, das zu bekommen, was sie erst mal wollen. Und sie kriegen mehr. Und das ist ja für mich, der ich ja diese spirituelle Yoga-Vidya-Richtung begründet habe, eben auch immer wichtig, es geht nicht nur um ein bisschen Wohlfühlen, ein bisschen gesünder, ein bisschen stärker, körperstärker, sondern ich meine, es geht noch um mehr. Die Zivilisation entwickelt sich auf verschiedenste Weisen. Es gibt positive Nachrichten und es gibt schlimme Nachrichten. Die schlimmen Nachrichten machen es mehr in die Fernseher und die Internet-News und in Deutschlandradio-Nachrichten und vielem anderen. Irgendwo fasziniert es Menschen mehr als die guten Nachrichten. Umso wichtiger, dass man auch über die guten Nachrichten spricht. So sehr, dass die Menschen heutzutage oft denken, heute geht es schlechter als früher. Und die Jugend von heute ist schlimmer als früher und so weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Noch nie war die Jugendkriminalität geringer als heute. Und man kann auch vieles andere erzählen. Also vieles Positive geschieht schon. Schlimmes gibt es auch, das hört man. Und Yoga kann beitragen, dass das Positive sich weiterentwickelt. Ich meine, friedvolle Welt ist möglich. Ich meine, eine Welt, wo Vorurteile wegen Rasse und Religion und Geschlecht und Nation und Hautfarbe und Größe und so weiter, das ist möglich, dass es diese nicht mehr gibt. Vor 150 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können. Vielleicht vor 70 Jahren erst recht nicht. Aber heute ist es ein Ideal. Und es ist möglich, dass das geschieht. Es ist möglich, dass Menschen friedvoll miteinander leben. Das ist das Ideal von Menschen auf der ganzen Welt. In früheren Zeiten musste jemand, um der Große genannt zu werden, irgendwelche anderen Völker abschlachten. Karl der Große, der Große König, der Kaiser, Größter, Schlechter. Gerade hier in der Gegend waren die verschiedensten Völker, die dann von den Franken zusammen als Sachsen bezeichnet wurden. Und die wurden gewaltsam bekehrt und unterworfen. Und deshalb war einer der Gründe, weshalb dann Karl der Große genannt wurde. Heute ist das glücklicherweise nicht mehr der Fall, das Mensch als groß bezeichnet wird, wenn sie Angriffskriege beginnen. So könnten wir noch weiter sagen. Das Ideal ist da. Da können wir vielen dankbar sein. Und ich meine, es ist auch damit bewirkt worden, dass spirituelle Richtungen irgendwo auch ein Gemeinschaftsgefühl haben. Da sind die Buddhisten und da sind die Yogis und da sind Sufis und dann sind viele auch aus christlichen Richtungen. Da sind viele aus dem Taoismus, viele Schamanen aus den Indianern und Aborigines. All diese merken irgendwo, ja, wir haben etwas gemeinsam. Und wir wollen gemeinsam Frieden schaffen. Wir wollen gemeinsam ein Kraftfeld des Friedens in der ganzen Welt schaffen mit unseren Gedanken, mit unseren Wünschen, mit unserer Herzenenergie, mit unserer Liebe. Und damit das wiederum gut gelingen kann, dafür ist es wieder gut, wenn Menschen Yoga üben. Denn wenn Menschen Yoga üben, bekommen sie einen tieferen Zugang zu ihrer Seele. Sie bekommen einen höheren Zugang zum Göttlichen. Es fällt leichter, Mutter Erde zu spüren und Mutter Erde nicht auszubeuten, auszunutzen, sondern liebevoll mit Mutter Erde umzugehen. Und auch hier beim Yoga Vidya unteres Stil ist auch wieder wichtig, dass da auch eine Ernährung dazu gehört, die eine mitfühlende Ernährung ist. Eine mitfühlende ist für Mutter Erde, eine mitfühlende für die Tiere, eine mitfühlende auch gegenüber den Hungernden, die es sonst in der Welt gibt und deren Getreide man nicht importieren will, um sie dann Kühen und Schweinen zu verfüttern, die man anschließend, die man dann in Gefangenschaft hält, quält und irgendwann dann umbringt und dann behauptet, wenn man Lust hat, ein Stück Fleisch zu essen, warum sollte man das nicht tun, wenn mir das Spaß macht. In der Zwischenzeit ist dort jemand für gestorben, nämlich ein Tier. In der Zwischenzeit sind jede Menge Klimagase entwickelt worden. In der Zwischenzeit ist Menschen wie Nahrung letztlich, Nahrungsgrundlage entzogen worden und sie hungern. Und so auch das ist etwas, was man nicht im Yoga sagt, du musst und du sollst. Gleich gerade, wenn ich über Ernährung spreche, werde ich meistens etwas, wenn es um Tiere geht, werde ich meistens etwas vehementer, als ich sonst bin. Da bin ich am emotionalsten. Jedenfalls, sondern man übt Yoga und das Herz öffnet sich, man spürt mehr in sich hinein und gerade, wenn man Kontakt in sich selbst hineinfühlt, dann merken die meisten Menschen, ich möchte mich gesünder und mitfühlender auch ernähren und handeln. Ich brauche auch nicht so viel äußere Dinge. Ich kann auch so mich zufrieden fühlen, freudvoll fühlen und für andere einiges Gutes tun. Und während man all das dann macht, wächst man immer weiter auf dem spirituellen Weg. Wenn man spirituell berührt ist, reicht es natürlich auch nicht aus. Wenn man spirituell berührt ist und dann die Motivation hat, auch sein Leben gesünder zu leben, mitfühlender zu leben, ökologischer zu leben, gut, dann geht es noch weiter. Ein spirituelles Berührtsein reicht auch nicht nur aus, sondern es geht darum, letztlich, wir wollen Gott nicht nur spüren, wir wollen ihn voll verwirklichen. Gott, das Göttliche, das Absolute, wie auch immer man es nennen will.